Unser erster Weg hat uns heute zum ersten Stand und wir haben glaube ich schon 15 verschiedene Wir haben erst mal noch nicht fertig. Bevor wir wieder her sind, haben wir uns geschworen, wir kaufen nichts. Bei uns geht es jetzt ein bisschen schwer vertaulich weiter. Der Vorden Denkmal bzw. Museum besteht aus drei verschiedenen wichtigen Gebäuden. Sehr schade, weil wir wollten das wirklich gerne sehen. Damals wurden bis zu 1,5 Millionen Armenier. Besteht unter anderem aus diesem Denkmal, dieser Obedisk hier. Wir sind jetzt in der einzigen Moschee in Yerevan. Wir kommen von links hin und du hättest vorrangig. Sie mit Denkmal von einemHHHH-Maschee. Wir kommen von blank Sau харte Holden. Vielen Dank.